Oita, was geht ab Leute, Hong hier mit einer weiteren Folge Hong Reacts zu den alten Folgen Erste Staffel, damals noch vor zwei Jahren Hier könnt ihr sehen, der erste Auftritt von Alex Und bereits da war er schon sehr sehr fragwürdig Aber dazu kommen wir gleich Spielen wir es erstmal ab, Moment, ich mach ein bisschen leiser Weil am Anfang kommt der Titelsong Episch Hab ich mal gemutet, bestimmt hat irgendjemand wieder mal erzählt Wir sehen einfach mal den Song drüber Natürlich, erstmal Ciao an Chong Der Arme Der Arme Leider nicht mitgekommen Er ist bei Yu-Gi-Oh! zurückgeblieben Hey, ich muss auch noch Digga, ich bin mir geschnitten, 3-10km ja Oita, 3-10km Mächtig Richtig mächtig Nächstes Mal, 2-10km Also 2x 10km Ja Ich hab noch 5km Ich hab noch 5km Ich hab noch 5km Ich hab noch 5km Krass Ich hab noch 5km Ich hab noch 5km Dann Ich hab noch 5km 1-10km Rosana Rosana damals aus dem 10er 2-10km 2-10km Also 3-10km 1-3km Doppel Rosana Doppel Rosana Leiden Damals Rosana noch aus dem 10er 2-10km 2-10km 3-10km 3-10km Diese Woche wieder kein Video gedreht Oh my god Ja mit wem denn? Chong Notman oder? Aber echt man? Warte, warum hast du das zu sagen? Ich bin gespannt Nur Chong war da Chong hält die Front bei Yu-Gi-Oh! Oder hier hält die Front Ja Ja Er wird kommen? Niko kann jetzt nicht den Channel alleine finden Achso Niko Hat schon letzte Woche Ja Niko Shoutout an Niko Tati ist ein Plan Also ich musste Tati beim Pokemon Go spielen auflauern Damit ich ein Video von ihm mache Letztens aufgelauert Das war Tour Talk 15 Uhr Da hab ich ihn Da war ich doch immer noch Aufgelauert Nein Ich hab gezeigt dass ich erst mal in Oktober und November Ich hab geschlafen Weil Yu-Gi-Oh! Ja Yu-Gi hat viele Leute angeguckt Ja Natürlich Das bessert sich ja nicht Nee gar nichts hat sich verbessert Ich bin jetzt mal auf die Turniere gespannt Brauchst du nicht Brauchst du nicht Tati Das nächste war die Turnier Woche Nein Nein Chong's Turnier Oh mein Gott Wie ich das so ausländisch kann 18.9er Schau zum Rollen Chong hat paar Yu-Gi-Oh! Turniere veranstaltet Er hat den Fame von unserem Channel von TBT Channel genutzt um seine Turniere zu probieren Der Gauner Kommen wird auf jeden Fall Kommen wird auf jeden Fall Kommen wird auf jeden Fall Habt ihr das gehört? 300 dürfte raten Natürlich war er nicht bei Chong's Turnier Traurig Tati macht Tati Das macht Tati sehr viel Spaß als Yu-Gi-Oh! Korrekt! Das macht echt ne Menge Spaß Sehr sehr viel Spaß sogar Und Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! gar nicht Na Yu-Gi macht echt Spaß Nee man Oh mein Gott Trattini Oh mein Gott Trattini Ich muss sie nicht suchen Tati geht direkt auf seine Map Ja Und mal Gadar Irgend ein richtig komischer Gadar Sehr zwielichtig Wo einfach so diese Werbung kommt Ja, zeigst du noch nicht an? Also Liga-Dage damals waren echt schlecht Die Raps damals waren so unglaublich schlecht Zeigst du an was Spieler gesehen haben? Oder jetzt nur Blücken von Timo Sauernernäher Oh Mann Oh Mann Zeigst du? Ich glaube von Halten Aber auf jeden Fall ist es gut Oh mein Gott Süchtig Süchtig Er packt sein Spiel wieder Und er sagt Ja Ja Jetzt Habt ihr's gehört? Nicht wieder von Neuanfang Wir wissen alle Alex ist eine Zwielichtige Zwielichtige Gestalt Sehr dubios Man weiß nicht genau was er so macht Wie er die Wette gewonnen hat Wie er seine 8 Millionen Punkte erreicht hat Bis heute eine offene Frage Aber Wir können seine dunkle Vergangenheit Bis hierhin verfolgen Sein erster Auftritt auf dem Channel Warum das ist? Hong React Folge 10 glaube ich Also wo war er so lange Dass er erst bei Folge 10 auftaucht? Sein erster Account wurde gebannt Ihr habt's richtig gehört Leute Sein erster Account wurde gebannt Die ganze Zeit Mit dem Account den er jetzt spielt Das ist sein zweiter Account Oder dritter oder vierter Was weiß ich Auf jeden Fall ist das nicht sein allererster Account Der aller allererster Account Wurde gebannt Jetzt wisst ihr Was für eine Zwielichtige Gestalt Der Alex ist Shoutout an Alex Das Video heißt Eine Slap-Wette Eine Slap-Bed Machen die zwei Ja Und ich büte drei Zehn Kilometer Ja Und ich büte drei Zehn Kilometer Ja Und ich büte drei Zehn Kilometer Aber Trayden ist da Das heißt Die Wettschulden Können eingelöst werden Die hatten davor glaube ich Irgendwie mal Um ihr viertschlechtes Pokémon gewettet Oder so Ja Die Schulden könnten eigentlich Eingelöst werden jetzt Zwei Jahre später Jetzt hat die so äh Trayden kommt bald Das heißt Bei mir zeigt's schon Der macht das Glück und macht das größer Und da ist es Hast du es bei dir? Ich bin bei mir kaum zu Und du musst noch Geh noch ein bisschen weiter Wie viel Decks von Aft Und ich habe das nicht gerechnet Nee, ich habe das nicht Hat er nicht Ja, bei mir jetzt Ich hab ihn Ja Okay, dein Ding ist echt schlecht Mein Internet Ja Okay, du hast du gar nichts, Leute Ratz-Ratz und zu Ist vor allem Und wird vor allem Weil dir die angezeigt Ich bin in Level 1 Weißt du, ich hab's noch nicht Er hat nicht mal Ratz-Ratz, Alter Traurig Ich fand sie voll fertig Okay, ich fand sie ganz ziemlich Echt traurig Ich hoffe echt sehr Und dann Alter, bei mir doch es nicht mal aufs Und dann Wenn du jetzt das Level auf Also wenn du den Account auflösen Dann gehst du auf Level Äh, gehst du auf Team Also Rattini gefangen Rattini Block Wollen wir gleich mal Die Bewertung an Alter, wieso kommt man nicht Rattini sich ganz ganz gut Weil er halt Small ist tot Natürlich ist es tot Oh mein Gott Oh mein Gott Der ist halt echt Level 1, glaube ich Du bist doch so nah, Mann Du musst Das Ding machen Der ist echt Level 1 Ist dein Ding so schlecht Der Internet Oder Vorsicht, kein Rattini Ich hab das schlechteste Internet Das geht, Mann Das wird direkt nach 2 Tagen gedrosselt Und ich kann ohne Probleme spielen Ja, das war damals so krass Ich hab mich gedrosselt gespielt Okay, wir können jetzt hier nicht passen An Energie zum Rattini Lass mich erst mal den Rattini mitfangen Ja, beeindruckt Wir haben nur 2 Minuten Zeit Ey, tu lege Alex, bitte Und was willst du noch fangen? Schaut so aus, als wirst du irgendwo in der Papa sein, Mann Okay, ich glaub das sind ein Zeichen Einfach kein Wie hast du früher Davor Pokemon Go gespielt? Ja Und vor ging es echt nicht Ich verstehe ich echt nicht Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Das ist ein Zeichen, dass wir nicht zurückkommen Ja, deshalb Ich glaub Ich glaub die Welten den Diener kann auch noch Fatimos, wie gesagt Damals richtig selten Heutzutage eine Plage Ja, Fatimos Und ich hab's gefangen Das ist dein erstes? Ne, mein zweites jetzt Oh, das zweite 995 WP Ist das stark? Äh, der Elton Erste war schlecht Und er hat sogar gute IVs 108 Ne, meiner nicht Also meiner Hat schlechte WP Das ist ein Zehner 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 Das ist kein Zweier Das ist ein Zehner Oh mein Gott Toot Ganz schlecht Den kann man auch fangen Aber neuer Dexandgang Der selten Killen Sie Mein bester Freund Killen Sie Habe ich immer noch nicht Oh Das zweite Oh 20 Kilometer Er hat drei Dichter Oh mein Gott Oh mein Gott Rosana Oh mein Gott Das ist echt leid Das dritte muss aber jetzt reinhauen Das dritte muss reinhauen Das dritte muss reinhauen Es ist Ergo Daktil glaub ich Ich wünsche echt nur den Lacken Es ist Ergo Daktil Neuer Dexandgang für mich Ui Der war auch gut Der war selten Extrem selten Habe ich auch noch nicht Ewigkeiten Nur durch das Ei Dieses Ei hier Nicht schlecht Den Dexandgang bekommen Viele hatten den nicht Ich hätte hier einen Lacken Hast du von der Lacken Ne Hast du einen Lacken Ja Lacken Hat der echte Lacken Aber Ja Level 24 Aus allen Das wäre dann Mit der Sterne Mein Ergo Daktil Der hatte dann Level 20 Also das gefällt mir gar nicht Das hat sich so gut gelauten Das kennt man gar nicht Das kennt man echt nicht Das labert's hier Ich war in Yuki immer einer Der Pioniere am Anfang Ich war in Yuki Ich habe ihn echt nur noch durchgefährt Ok jetzt war ein Hot Talk Komm mach ich nicht mehr viel Passiert echt mit Ok Real Talk Tati war echt das antreibende Pferd Ja Ok Aber war immer schlecht gelaunt Immer und kein Bock auf nichts Was ist egal Da war immer schlecht gelaunt Kein Bock auf nichts Und jetzt Und jetzt ja 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 Also die anderen Haben einen echt runter gezogen Aber Ihr wisst ja Dazu einfach ein Video gemacht Weißt du Das ist ein Ding Und Tati hat auch Durch die Püren bekommen Seht ihr Hört ihrs Ja 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 Weder in Team Rot noch in Team Blau Bin ich irgendwie überein Ich glaube ich gehauen Team Gelb Also ganz ehrlich Aber das sagt man immer noch mal Kein Team wechseln Zwei Kilometer ein Mal ganz schnell What? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ein Visasar Oh mein Gott Das war einer der besten Eine zweier Kilometer Ja Es kann einfach alles Es kann schon mal 82% aufhören So Alter wie Tati sich freut Da kann ich mir ja gleich mal Bis zum Floor machen Vielen Dank Alter wie er sich freut Vielen Dank Alter zu krass Du so Du so Ich gönne nichts Du gönst mich genauso Null Schau mal an Null gönn Und du mir auch nichts gönnst Mein Gott Gönnt euch Leute Gönnt euch Gönnt euch Gönnt euch Ja Ja Der Lifestyle Channel Der Lifestyle Channel Oh mein Gott Oh der Lifestyle Channel Theoretisch Der wird niemals kommen Leute Oh Oh jetzt kommt Jetzt kommt die Wette Also Würde sagen wir machen es zu Oh Wahrscheinlich ja Wahrscheinlich ja Halt zu Die Wette war echt interessant eigentlich Ich glaube ich schaff das eigentlich Ich würde sagen wir wetten Ja Du weißt ganz genau Ich will immer alles gewinnen Ja Egal was Er hat den gewonnen man TBT Einhüllen Und noch was anderes Ich hab grad vergessen was Ich gewinnen alle Ich hab's Ja wir hatten ein paar Challenges Auf dem anderen Channel TBT Einhüllen Einhüllen In der Liga In der Liga Ja mein Lauf gewinnen war ich Intelligenten Ja Ich lass mal mit der Arbeit Ach Cheaten Das war Das war Das Cheaten Das Cheaten Ja klar Das Cheaten Ich will nichts machen Auf jeden Fall Das Cheat Das checkt ihr grad nicht Das bisschen Yu-Gi-Oh gelaber Aber egal Kommen wir zu der Wette Ich hab's vielleicht jeder gewonnen Schaut Die Baller Das haben wir schon Aber wieso Das Cheaten Das war Ja genau Ja genau Ja genau Ja okay Ich bedanke Ich würde sagen Die frischen wir auf Und ich sagen Die frischen Also erstmal wo sind wir da Alter was ist das für ein Grund Hört ihr noch zu Drei Ohrfeigen Und drei Ohrfeigen Und um unter zwei Stärken Oh Drei Ohrfeigen Und das zwei Stärken Pokémon Seid ihr dabei Kannst du mir so Bis dritten Bis dritten November Bis dritten November Muss er ihn einholen Und die wir wissen Sein Account wurde gebannt Und er hat bei Level 1 wieder angefangen Nichts selbe Erfahrung Selbe Level Nur selbe Level Es gibt immer ein Vorteil Also wenn ich Level 32 bin Dann musst du Level 2,5 sein Ja Aber Musst du nicht sagen Welches Level ich bin Was Muss ich dir sagen In der Zwischenzeit welches Level ich bin Doch auch schon Ja klar man Mit dem Vorteil Ja aber alter Trotzdem Ja das ist mit dem Vorteil Ja aber man kann auch Er kommt von jetzt man Er braucht jeden Vorteil Den er bringt Und wie oft müsst du das dann hören Bis Level Ja Du musst wirklich jeden Okay Ja man Das sollte er schon limitiert Ja man Ja genau Bis zu den 2 Monaten Von mir hören Ja man Er ist gar In der Woche einmal Nein Was Das ist 8 Mal Du bist gescheuert Ich hätte gesagt Gesamt Das hat die 8 Wochen Nein Gesamt 4 Mal Oh mein Gott 2 Monate 8 Wochen 4 Mal Pro Woche 2 Wochen 1 Mal Abgemacht Abgemacht Warte Es ist fast schon was Okay 2 Shack 3 Shack 3 Shack Ok Ich dachte nur 4 Mal 4 Mal 4 Mal 4 Mal 4 Mal Ok 5 Mal 3 Mal 4 Mal 4 Mal 4 Mal 2 Mal 1 Mal 2 Mal Nur selbe Level Gibt's noch was? Alles geklärt? Alles geklärt? Die Kamera Freude uns Ich hab noch so viele so viele Punkten Ich kann noch zu viele EPs machen Alter, da war Tati noch echt Der war noch echt Heißdruck Also ich denke maximal Accampus Level 34 Nicht mal Nicht mal Ja Also Es kommt drauf an Wieso ich mich einsetze Es ist machbar Aber ihr müsst betrachten Glaubt sie mir? Damals war es echt für AP zu machen Keine Raids, keine Events Wieso FFP? Ja ich gewinne schnell Ich gewinne schnell Ich liebe dich Oh Gott Ich zerfetze die Gegner ganz schnell Und dann direkt raus gucken und fahren Nein, kannst du da drin bleiben Alter, ich kann so gut Oh mein Gott, ich will es lieber gewinnen Ich will mich halt selber machen Also Dann investiere ein bisschen Geld Okay ganz ehrlich Macht schon Macht ja eh nicht aber okay Das heißt Ich bin mit dem Auto unterwegs Dann will ich es vorbei Also damals echt nicht Also damals echt nicht Hört ihr diese verrufen Unterschiedliche Strategien Also ich denke Bis alle 35 wird er schon kommen Weiter nicht Er kam glaube ich nicht mal bis 30 Ich will nicht spoilern aber Er hat glaube ich nicht mal 30 erreicht mit denen In der Zeit Also ich habe ihn eingeholt In der Zeit Also ich bin 30 geworden Und er hat sich auf 30 geschafft Der ist richtig immer am Laufen Irgendwann hat er seinen Knopf auch wieder mit Man weiß nicht Er wird nur fitter dadurch Vielleicht Vielleicht heute noch in 2 Wochen Tati hat einen Bandscheibenvorfall Tati wurde von der Treppe geschippt Man weiß es nicht Ich bin erstmal in den Urlaub Alter Tati war damals so verrückt Der war echt krass unterwegs Nein Hashtag Pokemon in Serious Business Zu klasse war er Hashtag Pokemon in Serious Business Wirke Tati Ich kenne dich damit aus Auf jeden Fall 11.34 Schätze ich mal rein Es ist machtvoll Nicht mal annähert Wir werden sehen Aber ich bin zuversichtlich Ich habe übrigens vergessen Wer hat die Wette gewundert Tati Dann können wir demnächst nochmal nachfragen Kein Kommentar mehr von Tati Das war's für diese Folge Das war's Mit der Macht Der erste Auftritt von Alex Hat direkt ein bisschen Action gebracht Aber auch direkt gesehen Gezeigt Was für eine zwielichtige Gestalt er ist Bereits damals schon Einer kommt gebänt Also ja Das war's von der Folge Auflösung zur Wette Ich glaube das wurde nie aufgelöst Ich weiß selber nicht mehr Wer gewonnen hat Aber das war's von mir Liken Subscriben Kommentieren Check die Analyse ab Folgt mir auf Instagram Facebook Twitter Check den Shop ab Neuer Shop neue Preise Lohnt sich auf jeden Fall Und vergesst nicht Pokemon is Serious Business Check die Analyse Wer ist Das war's Das war's Ich mach das Ich mach das